Einen wunderschönen guten Tag meine werten Ladies und Gentlemen und willkommen zurück zu BlessOnline. In dem heutigen besonderen Video unterhalten wir uns über die oft gestellte Frage, wie kann ich mir Pets und Mounds zähmen? Im großen Ganzen die Reittiere, die es gibt in dieser wunderschönen offenen Welt und natürlich die dazugehörigen Schoßtiere, nämlich die ganzen wunderschönen Haustiere. Dazu befinde ich mich gerade aktuell in der Nähe von Spezia, nicht wundern, ich wollte einen ruhigen Ort haben, wo ich euch natürlich das ganze System erklären kann. Und wie ihr unter anderem seht, reite ich gerade auf so einen selbstgezähmten Skorpion. Gerade die Reittiere und wiederum auch die Haustiere ist ein sehr, sehr cooles System, wo es auch sehr ins Detail geht und ich möchte euch natürlich anhand der vielen Fragen, die ihr mir gestellt habt, ein wenig näher auf das System eingehen. Nun gut, fangen wir damit an. Auf der L-Taste finden wir eigentlich im Großen und Ganzen unser Petsystem. Hier werden alle Tiere angezeigt. Einmal sind es die Mounds, wiederum die fliegenden Kreaturen und einmal unsere Haustiere. Natürlich ist es sehr unübersichtlich gemacht, gerade weil nicht jeder Englisch versteht und möchte hier auch insgeheim mich über jeden Wert unterhalten. Genauso über die besonderen Abilities. Die ist letztendlich auch über die Seal. Das habe ich mir schon durchgelesen. Wie gesagt, habe ich auf den japanischen Servern gespielt, womit es denn im Großen und Ganzen mit den Tieren auf sich hat. Denn so ziemlich fast alles an der Stelle an Mounds und Haustieren kann man sich... Oh, jetzt werden wir noch unterbrochen. Ich fasse es ja nicht. Hör mal, bist du denn so frech hier? Entschuldigt die Unterbrechung. Also, im Großen und Ganzen kann man sich so gut wie fast jedes Haustier und jedes Mount in der Welt, was man so sieht, zähmen. Dafür benötigt man Schriftrollen. Und ich weiß, wie oft die Frage mir jetzt schon gestellt worden ist. Wo bekommt man diese Schriftrollen her? Fangen wir erst mal klein an. Das Ganze beginnt natürlich im Level-Bereich, dass man nämlich hier eine besondere Quest bekommt. Und zwar ist es eine Guide-Quest, die das Zähmen einem näher bringt. Das Ganze müsste, soweit ich weiß, wenn wir es jetzt nicht gerade eben sofort finden, ab Level 8 beginnen. Dort werdet ihr zu einer netten Dame oder zu einem netten Herren geschickt. Ich weiß gerade aktuell nicht, wie es auf der Hieron-Seite aussieht. Wir spielen ja Unien. Und dort bekommt man so ein paar Schriftrollen einfach in die Hand gedrückt. Und dann heißt es, hör mal, zähm mal irgendein Tier. Ja, und dann geht es ja schon los. Hör mal, wie zähme ich denn dieses Tier? Um euch natürlich das Ganze zu demonstrieren, werden wir uns hier mal so eine dicke Maus zähmen. Das soll eine dicke Maus sein? Das sieht aus wie ein Meerschweinchen. Gut, das heißt, ihr habt in eurem Inventar... Ja, ich weiß, ich verschwende jetzt gerade hier ein paar gute Rollen. Aber ihr habt in eurem Inventar halt nur mal die Anfänger-Zähmer-Rollen. Und ihr benötigt auch jedes Mal eine Rolle, abhängig von dem Level, was ihr zähmen möchtet. Ganz wichtig hier an der Stelle. Hier steht es bis Level 35 oder darunter. Dafür kann ich die Schriftrolle nutzen. Ich habe auch schon High-Level-Taming-Scrolls, die dann für 45 oder darunter zählen. Dann müsst ihr dann aus dem Inventar oder ihr zieht es euch in die Leiste. Je nachdem, wie ihr möchtet, dann einmal draufdrücken und dann beginnt ein Event. Das Ganze ist zeitbasierend an der Stelle. Und das ist auch ganz wichtig, wenn die Zeit abläuft und ihr habt es nicht geschafft, dann... Oh je, Mini, oh je, Mini, was soll ich denn jetzt machen? Also erstmal habt ihr nach wie vor natürlich weiterhin Aggro. Ihr müsst euch entweder gegen den Widersacher wehren oder ihr probiert es ein zweites Mal. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Deswegen werden wir jetzt gleich, wenn er nicht weglaufen würde, es nochmal ausprobieren. Denn wir müssen mit dem Pfeil in den grünen Bereich reinkommen. Und zwar mit der Leertaste. Das heißt, wenn der Pfeil im grünen Bereich ist, drückt ihr die Leertaste und schwupps, ihr habt euer erstes Tier gefangen. Gut, natürlich jetzt die Frage, wo kommt man an diese Schriftrollen dran? Es beginnt mit Level 8, wie gesagt, die Angabe ist ohne Gewehr, wo ihr die ersten Schriftrollen bekommt. Natürlich auch als Reward, als Geschenk oder als Belohnung dafür, dass ihr dann so ein Meerschweinchen, eine Ratte oder was auch immer gezähmt habt. Und dann geht der ganze Spaß schon los. Irgendwann gehen aber die Schriftrollen aus. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die ich bis dato entdeckt habe, an diese Schriftrollen dran zu kommen. Die erste Möglichkeit ist es, ihr geht auf Missionen. Denn dort habt ihr tägliche Belohnungen und auch wöchentliche Belohnungen. Und unter anderem gibt es dort solche Schriftrollen zu ergattern. Oder, wenn wir mal eben kurz auf die Karte gehen, weil ich ja gerade schon in der Nähe der Hauptstadt bin. Ihr sucht euch einen Market Manager, im Großen und Ganzen einen Verwalter des Auktionshauses und ersteigert oder kauft im Großen und Ganzen dort diese Schriftrollen. Denn die Schriftrollen hängen mit dem Berufssystem zusammen. Nämlich der Verzauberer, der Enchanter kann diese Schriftrollen in jeglichen Größen nämlich herstellen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Also ich habe weder eine Quest bis dato gefunden, noch irgendetwas anderes, wo man täglich sich Schriftrollen abholen kann. Natürlich werde ich dieses Video gerne ergänzen, wenn wir Neuigkeiten darüber haben. Aber aktuell ist es so, dass wirklich es hier vom Crafting abhängig ist. Man ist von anderen Leuten abhängig und kostet auch je nachdem eine Stange Gold. Deswegen an der Stelle macht euch nicht so einen großen Kopf erstmal über die Tiere. Merkt euch die Location. Also wenn ihr gerade, was weiß ich, im Level 20er Gebiet seid und seid unten in der Wüste und habt einen tollen Skorpion gesehen. So habe ich es auch gemacht. Ich habe erstmal weitergelevelt, habe ein bisschen Gold angespart. Und mit dem Gold bin ich dann zum Auktionshaus gegangen, habe mir dann ein paar günstige Schriftrollen mir geholt. So ein paar Taming Scrolls. Und mit diesem Papierchen habe ich dann im Skorp hier an den Kopf geknallt und habe gesagt, du gehörst jetzt mir. Ja, ist eine Frage der Geduld. Oder ihr werdet am besten selbst einfach Verzauberer, Enchanter. Aber darüber möchte ich mich dann unterhalten in einem separaten Video. Da werden wir die Berufe gerne mal durchgehen. Denn natürlich braucht man hier an der Stelle die gewissen ein oder anderen Materialien, um die Schriftrollen herzustellen. Gerade der Stein ist ja sehr wichtig, den man unter anderem hier in der Wüste findet. Sogar recht häufig. Gibt natürlich auch noch andere Locations. Aber ja, so kommt ihr an die Schriftrollen dran. Gut, so. Nachdem wir das schon mal geklärt haben, will ich mir eben kurz mich wieder irgendwo safe hin teleportieren, pflanzen, wie auch immer. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht nur mal unterbrochen hier von so einem Plagegeist. So, und unterhalten uns erstmal über die Tiere und die Mounds im Allgemeinen. Denn es geht auch sehr ins Detail. Erstmal, wozu bringen sie es denn eigentlich? Also nicht nur, dass sie wirklich sehr cool aussehen, sei es ein Skorpion oder ein Haustier. Wie ihr seht, ich habe unter anderem auch so einen Wyvern, den ich euch mal eben zeigen kann. Wie riesig eigentlich so ein Exemplar sein kann als Haustier, wenn man es sich dann holen möchte. So gibt es natürlich auch auf der anderen Stelle noch ein paar besondere Werte, wo man auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollte. Und die Werte sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Ja, an der Stelle, also es ist wirklich schon sehr interessant, was man hier sich einfallen gelassen hat, um selbstverständlich dort mal so ein bisschen dem System auf den Punkt zu fühlen. Ja, also ich habe echt jetzt längere Zeit gebraucht, um das Ganze natürlich zu verstehen. Gut, also, wie ihr seht, es gibt verschiedene Stufen. Das sind hier Wertigkeitsgrade. Es gibt natürlich einmal die grünen, es gibt die blauen und es gibt epische, die lilanen. Und diese besonderen Tiere, sei es Mounds, genauso wie Pets, ja, also Haustiere und Reittiere, bringen diese ab einer Wertigkeit von Blau, also einem Rahntier oder Mounds, einen besonderen Perk. Und dieser Perk, ja, in dem Sinne diese besondere Fähigkeit, ist so lange aktiv, solange ihr entweder auf eurem Mount reitet oder euer Haustier neben euch herlaufen lasst. Aber gehen wir erstmal nicht in die Werte hinein, unterhalten wir uns erstmal darüber, wie kann man denn sich so ein besonderes Mount erstmal machen. Ja, dazu gucken wir uns mal eben kurz unsere dicke Maus an. Ja, da ist sie, sieht ja ganz knuffig aus, das süße Ding. Und wir haben natürlich auch mehrere Werte an der Stelle. Ich will mal eben kurz gucken, dass wir jetzt die Maus uns auch hier unten reinziehen. Es ist nämlich ein ganz einfaches System. So, wir haben unsere dicke Maus einmal bei uns an der Seite, sieht ja wirklich knuffig aus, ist ja ein süßes Ding. Und da geht es darum, diese Maus levelt. Die Mounds, also die Reitmounds und wiederum die Pets, die leveln unterschiedlich. Bei einem Reittier muss man das Reittier natürlich reiten, um es zu leveln. Und wiederum beim Haustier reicht es, wenn es euch begleitet in dieser wunderschönen großen Welt. Natürlich, um ins Detail zu gehen, ihr seht es natürlich auch anhand der Maus, wenn wir die mal angucken. Sie hat einen Energiebalken. Der Energiebalken nimmt natürlich anhand der Zeit ab und wiederum für diese Energie, die sie verbraucht, bekommt sie Erfahrungspunkte. Und natürlich levelt sie stetig weiter voran. Und es gibt auch eine Möglichkeit, falls das Level mal zu hoch ist und die Energie zu niedrig ist, den Tieren Energie dann letztendlich wiederzugeben. Dazu möchte ich natürlich jetzt eben kurz ein bisschen weiter vorausgreifen. Wenn es wirklich so sein sollte, dass euer Tier die Energie aufgebraucht habt und sie nicht weiterleveln kann, aber ihr möchtet es gerne weiterleveln, dann gibt es hier wiederum wieder einen tollen Beruf. Und zwar ist es der Koch. Der Koch, der kann nämlich mehrere Futtersorten herstellen, die eine unterschiedliche Anzahl an Energie wiederherstellt. Bei Reittieren und bei Haustieren. Deswegen fand ich den Beruf sehr lukrativ und habe damit auch wiederum ein bisschen Geld schon verdient. Und so ist es halt, wir müssen unsere Maus natürlich erstmal wieder einpacken. Wenn sie dann in unserer Handtasche ist, gehen wir auf Energy Recovery. Und dort dürfen wir uns dann aussuchen, welches Futter wir unserer Maus geben möchten. Wie zum Beispiel hier 200 Energie, Use und schwupps ist die Energie wieder voll. War natürlich jetzt in dem Fall ein bisschen übertrieben und total useless. Aber wie gesagt, ist ja auch eine bildliche Vorführung. So, das heißt, die Maus wieder ausgepackt und schwupps geht es auf ein neues los. Die Maus verliert Energie, sie gewinnt an Erfahrung. Ein kleiner Tipp am Rande, gerade wenn es um Haustiere geht. Wenn ihr seht, dass die Maus kurz vom Level ab ist und ihr habt nur noch wenig Energie, dann ballert da nicht die 1200 rein, damit sie wieder volle Energie hat. Weil mit jedem Stufenaufstieg füllt sich auch die maximale Energieleiste wieder erneut komplett voll. Ja, das heißt, ihr hättet hier wahrscheinlich teures, teures Essen verballert. Ihr müsst ja immer das Verhältnis darauf achten, wie viel Energie habe ich, wie viele Erfahrungspunkte braucht sie noch. Und das kriegt ihr schon hin, denke ich mal. Immer mal eben kurz ein Auge drauf haben. Denn ihr seht jetzt jetzt gleich die Mauswirt Level 2. Und schwupps, die Energieleiste ist wieder voll und es geht auf ein neues, auf etwas Neues los. Natürlich, anhand des Futters muss man dazu sagen, es gibt unterschiedliche Futtersorten. Es gibt einmal speziell Futter für Reittiere. Das seht ihr hier unten im grauen Bereich. Also regeneriert halt die Ausdauer für das Mount um 200. Und wiederum gibt es dann natürlich dasselbe Futter oder andere Futtersorte, was weiß ich, Möhrchen und so, gibt es dann auch für Haustiere. Das wurde ein bisschen kleiner gemahlen, die haben nicht so einen großen Mund. Gut, so, zurück im Haustiersystem. So levelt man also die Tiere. Wie gesagt, bei den Reittieren ist es so, es reicht nicht, wenn man auf den Reittieren sitzt. Man muss mit ihnen wirklich reiten, um diese zu leveln. Ihr seht es, die Energie nimmt ab. Dafür nimmt die Erfahrungsleiste stetig weiter zu. Es gibt natürlich bei den Tieren aktuell, ich sage jetzt nicht unbedingt einen Trick, aber eine weitere Möglichkeit, wo ihr aber auch aufpassen solltet. Und zwar, wenn ihr mit den Tieren hüpft. Ja, da verbraucht ihr unglaublich viel Energie, bekommt aber dementsprechend auch viel Erfahrungspunkte dazu. Also, es gibt ganze Hüpforgien in den Hauptstädten, wo Tiere ihre Reittiere leveln, weil sie halt die ganze Zeit hin und her hüpfen. Denn man kann einfach das Reittier eben einpacken und die Energie wieder herstellen lassen, wie ihr seht. Und dann heißt es wieder rauf aufs Mount und ja, weiter gehüpft. Ja, so geht das die ganze Zeit. Gut, aber wie gesagt, ihr levelt eigentlich im Großen und Ganzen während des Questens, wenn ihr von A nach B reitet, mit euren Mounts automatisch. Das kommt alles im Laufe der Zeit. Macht euch da nicht so einen Kopf drum. Jedes Tier levelt, wie ihr seht, ich bin auch gerade mal auf 22. Aber es liegt auch daran, weil ich mir sehr viele andere Tiere schon mit organisiert habe. Ja, also es sind schon ulkige Tiere mit dabei. Wiederum auch sehr schöne Tiere, ein paar grüne Tiere und so weiter und so fort. Also die Welt hat wirklich einiges, was man sich hier zähmen darf und kann. Gut, gehen wir zurück in die Pets. Wie wir sehen, unsere Maus levelt fleißig weiter voran. Sie ist gleich Level 3. Jetzt unterhalten wir uns natürlich mal eben kurz über die Details und worum es eigentlich um das allgemeine Mount- und Pet-System geht. Wie gesagt, unsere Tiere kriegen besondere Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten unterscheiden sich natürlich im Großen und Ganzen, wenn man ein Reittier hat oder ein Haustier hat. Beim Reittier bekommt man sehr viele Fähigkeiten dazu, die das Reiten erleichtern. Ja, dass man schneller unterwegs ist, dass man weniger Ausdauer verbraucht, dass man höher springen kann. Wiederum bei den Haustieren hat man sehr viele Fähigkeiten, die einen verbessern, wenn es darum geht, dass man beim Crafting vorankommt, und dass man mehr Erfahrungspunkte kriegt für das Hauen anderer Monster. Ihr müsst eben verzeihen. So, da hatte ich gerade mal eben kurz einen Frosch im Hals. Ich muss mal eben kurz ein bisschen am Kaffee nippen. So, und zwar geht es halt nun mal darum, dass man nicht nur diese Haustiere als Zierde hat, was ja eigentlich im Großen und Ganzen schon genug wäre. Es gibt besondere Fähigkeiten. Ich kann euch das Ganze mal eben kurz hier demonstrieren. Zum Beispiel mein schöner Papagei, der ist ja blau geworden. Und mit blau bekommt man die erste Fähigkeit mit drauf. Und das erlaubt mir halt, dass hier mein Gathering-Master-Level um 10% verbessert wird, wenn ich etwas aufsammle. Ja, oder bei meinem V-Warn, da habe ich so, dass zum Beispiel hier mein Crafting-Mastery-Level, also wenn ich im Meisterbereich bin, in meinem Beruf, dass hier ich dann mehr Punkte dazu bekomme für den Beruf, wenn ich Sachen herstelle. Und natürlich gibt es unglaublich viele andere Perks, wenn ich die euch mal eben kurz präsentieren darf. Also hier haben sich die Entwickler einiges durch den Kopf gehen lassen. Wiederum, was ich am Anfang mit ein bisschen Glück gerade in der Anfangszeit des Levels sehr interessant finde, ist, dass ihr mehr Erfahrungspunkte bekommt und hast sie nicht gesehen. Ja, in jeglicher Richtung. Ihr könnt euch hier komplett verbessern. Was ich auch noch total toll finde, ist, dass es Haustiere gibt, die automatisch euren Loot aufsammeln und euch in die Tasche steckt. Es ist unglaublich cool, was es nicht für alles für Perks gibt. Ja, nur um sie euch mal eben kurz zu zeigen. Es gibt hier eine Menge, Menge Möglichkeiten, wo ihr drankommen könnt. Natürlich auch in verschiedenen Stufen. Das ist ganz wichtig hier. Es gibt mehrere, genau wie bei den Pets, von Grün auf Blau auf Lila, gibt es natürlich auch die Fähigkeiten in Grün, Blau und Lila. Ist natürlich ein bisschen Glückssache, was man dazu bekommt. So, mal eben kurz zu den Reittieren. Beim Reittier habe ich zum Beispiel hier etwas bekommen bei meinem Skorpion, wo ich ihn geupgradet habe. Darüber werden wir uns auch gleich unterhalten. Habe ich eine tolle Fähigkeit bekommen, dass ich nämlich jedes Mal, wenn es Nacht ist, 40% schneller reite. Das ist total cool. Und natürlich geht das auch besser, wenn wir uns mal meine Windmähne angucken. Ich wollte unbedingt gerne mal einen Schimmel haben. Ich bin ja Hufschmied vom Beruf. Von daher ist es halt nun mal so, dass auch hier schon mal ein besserer Wert rumgekommen ist, nämlich ein RAR-Wert. Also in dem Sinne der zweitbeste Wert von dreien. Hier habe ich schon erhöhte Reitgeschwindigkeit um von 50%, wenn es Nacht wird. Deswegen ist es zufällig, was dabei rumkommt. Auch er kann in der Nacht schneller reiten. Er kann besser die Energie wiederbekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und hier habe ich die Möglichkeit, für 5 Sekunden lang 20% schneller zu reiten, wenn ich auf ihm reite. Und so weiter und so fort. Er kann ein Riesekamm besser hüpfen. Das ist allein auch schon das Beste, was ich je gesehen habe. Setz dich mal eben kurz auf den Rücken drauf. Ja, ich meine, es gibt schon mächtige Kreaturen. Das Tolle ist, dass wenn er hüpft, der kann richtig hoch hüpfen. Ja, also ich meine, es gibt wirklich ulkige Sachen. Und ja, das ist halt einfach der besondere Vorteil an Tieren, also an Reittieren und an Haustieren, dass sie wirklich wichtige Elemente mit ins Spiel bringen, wo es natürlich darum geht, nicht nur einen besonderen Perk zu haben, sondern am besten drei, wenn es geht. Ihr seht es schon, Heroic-Upgrade, dann Legendary-Upgrade. Also es ist schon Wahnsinn. Aber okay, bleiben wir eben kurz bei unserer Maus. Unsere Maus ist ja immerhin schon mal Level 4 geworden. Das ist ja ganz schön. Wir haben ein Level-System bei den Tieren. Sowohl für die Reittiere, auch die Haustiere müssen wir, wenn wir ein grünes Tier haben, auf Level 10 kommen. Level 10 ist das Maximum des grünen Tieres. Und dann haben wir erst die Möglichkeit, dieses upgraden zu dürfen. So, um euch das Ganze zu demonstrieren, werde ich mal eben kurz unsere Maus hier wieder einpacken. Obwohl, ja, machen wir eben kurz. Komm mal rein hier. Ich habe natürlich mir eine schöne Fee organisiert. Und diese Fee ist aktuell auf Maximum Level. Das heißt, die Energie verbraucht sich. Sie bekommt aber keine Erfahrungspunkte mehr dazu und möchte diese upgraden. Dafür haben wir hier oben den Reiter. Den werden wir auch gleich noch komplett durchgehen. So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, man braucht ein Tier auf Level 10, dass ich Upgrade-Material brauche. Und im Großen und Ganzen ist es nichts anderes, dass ich andere Tiere dafür opfern kann, um mein Tier upgraden zu dürfen. Aber langsam an der Stelle, ja. Gehen wir nochmal auf unsere Maus. Unsere Maus hat natürlich keine Fähigkeiten, hat aber ein paar Details. Und diese Details sind wichtig. Der erste Schriftzug heißt Available Upgrade Attempts. Da steht dann eine Zahl von 10. Im Großen und Ganzen übersetzt heißt es, dass ich 10 Versuche habe, wenn meine Maus auf Level 10 angekommen ist, diese zu upgraden. Sind diese 10 Versuche fehlgeschlagen, kann ich die Maus in die Tonne schmeißen. So hart ist das Leben. So leicht es mir auch tut. Darunter steht Potential Awakenings. Die Awakenings sind etwas, was dann später zum Tragen kommt bei Awaken-Ability. Nämlich mit besonderen Materialien hat man hier die Möglichkeit, selbstverständlich nochmal die Fähigkeit, die unser Tier besitzt, zu verbessern, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Was auch sehr interessant ist. Deswegen unten die Details, die Werte sind extrem wichtig, wenn es darum geht, das beste Haustier zu haben oder das beste Reitmount. Ich finde es sehr, sehr interessant und bin ja auch einen guten Weg dabei, hier irgendwann mal, hier auch mal ein bisschen weiter voranzukommen. Deswegen achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall genug Upgrade-Möglichkeiten habt, genug Versuche habt und wiederum auch, dass ihr genug Awakening-Optionen habt, damit ihr die Fähigkeiten nochmal in der Hinsicht verbessern könnt. In dem Sinne vom Grad her, nicht 40 Prozent, sondern 50 oder gar 70 Prozent und immer so weiter. Ich meine, das müsste es nämlich gewesen sein, dass wir das nämlich machen können. Gut, dann, Increase Upgrade Attempt, Count by Using, genau, wir müssen hier so ein Stimulant holen. Wo es da Stimulant gibt, habe ich ehrlich gesagt mich noch nicht mit auseinandergesetzt, weil ich einfach noch nicht die Option oder Möglichkeit dafür hatte. Ich denke mal, das werden wir dann in einem separaten Video machen. Gehen wir mal eben kurz die Perks durch, weil wir haben uns ja mit den Tieren unterhalten. Enhance ist nichts anderes wie das Level-System. Wenn ich meinen Skorpion nicht per Hand leveln möchte, habe ich auch die Möglichkeit, Tiere zu opfern, um diesen aufzuleveln. Je mehr Erfahrung ein Tier hat, was ich hier reinstecke, desto höher gelangt er im Level. Es ist im Großen und Ganzen eine schnellere Version des Auflevelns unserer Tiere, wovon ich aber ehrlich gesagt erstmal abraten würde, weil je mehr Tiere wir opfern, desto mehr Schriftrollen opfern wir und das heißt, wir haben Geldverlust, weil ja alles im Großen und Ganzen mit der Zeit halt vorankommt. Natürlich haben wir auch hier wieder besondere Materialien, die wir opfern können, Submaterialien, um das Ganze voranzutreiben. Dann haben wir die Möglichkeit, unsere Skills einmal zu ändern. Da geht es um unseren Companion Skill Change Token. Eine Möglichkeit habe ich schon gefunden, kann ich euch eben zeigen. Und zwar geht ihr auf einen Special Shop. Dort geht ihr auf Material, auf die zweite Seite und da dürft ihr euch zum Beispiel für 7200 PvP-Punkte, was nicht unbedingt gerade wenig ist, so einen Token holen. Ja, also es gibt auch bestimmt andere Möglichkeiten, um da dran zu kommen. Aber wie gesagt, da müssen wir noch gucken, wo wir die Sachen herkriegen. Mir geht es nur darum, da ich euch das System erkläre und wiederum die Optionen, die euch halt letztendlich dann offen stehen. Auch bei den Reittieren, wie ihr seht, haben wir viele, viele Möglichkeiten, genauso wie bei den Haustieren hier, besondere Fähigkeiten halt nun mal dazu zu bekommen, was ich sehr, sehr cool finde. Natürlich lässt sich das im Skill Pool mit mehreren Fähigkeiten dann auch letztendlich machen. Ja, das ist ja die Besonderheit am System. Energie wiederherstellen haben wir uns schon darüber unterhalten. Hat ja etwas mit dem Kochen zu tun. Awakening Ability haben wir uns darüber unterhalten. So, und dann gibt es nur noch eins, was ich euch jetzt aktuell nicht zeigen kann. Es geht um die Seele. Es gibt eine Möglichkeit im späterem Spielverlauf, ich glaube, jetzt aktuell gibt es das sogar noch nicht, es sei denn, man ist vielleicht im Wert aufgestiegen, ihr seht es nicht. Ich meine, mit 50 kommt das dann, mit Level 50, dass man nämlich seine besonderen, epischen oder legendären Haustiere mit besonderen, ich sag jetzt mal, Gegenständen in eine kleine Box packen kann und dann das Haustier verkaufen darf. Ja, wir haben diese Option jetzt noch nicht. Ich habe mir das System angeguckt auf den japanischen Servern. Ist auch nicht unbedingt gerade so günstig, aber es ist machbar. Finde ich auch sehr interessant, denn wenn man mal ein super, super gutes Haustier hat und man hat dann noch ein zweites, echt gutes Haustier, dann könnte man das in der Box packen, auf den Markt anbieten und damit natürlich relativ viel Geld machen. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Gut, gehen wir eben kurz ins Detail, wie levelt man jetzt letztendlich so ein Tier auf? Es geht ja um das Upgraden. Ein Tier muss Level 10 sein. Wir haben ja darüber geredet, wie viele Versuche wir haben. Es geht hier um Folgendes. Wenn ich jetzt meine dicke Maus opfern möchte, um halt letztendlich einen Versuch haben zu wollen, meine Fee zu upgraden, die ja noch aktuell acht Versuche offen hat, seht ihr natürlich, dass man hier auf wieder Submaterialien investieren kann, um halt letztendlich die prozentuale Chance nach oben zu treiben. Die Chance erhöht sich durch mehrere Arten und Weisen. A erhöht sich die Chance, wenn ihr die gleichen Tiere nehmt. B erhöht sich die Chance, soweit ich es gesehen habe, wenn ihr höher leverige Tiere nehmt. Das heißt, wenn ihr 10er levelige grüne Tiere oder hätten wir jetzt noch eine zweite Level 10 Fee, die opfern würde, weil es das gleiche Modell ist, hätten wir auch noch eine höhere Chance. So, und wenn uns das gelingen sollte, was hier in diesem Fall uns nicht gelungen ist, was ich jetzt auch halb so wild finde, dann steigt die Fee in ihrem Gerad auf. Und dann wird sie nämlich blau, bekommt ihren Random Zusatz Perk dabei und kann bis Stufe 30 aufgelevelt werden. Ja, das ist halt das Interessante daran. Dasselbe gilt natürlich auch für die Reittiere. Wenn ich mein Skorpion, wenn er mal Level 30 ist, ja, da geht es nämlich dann weiter, blaue Tiere müssen bis Level 30 gelevelt werden, dann upgraden möchte, dann kann ich das nicht mit einem grünen Tier machen. Das funktioniert nicht. Und das ist nämlich das Heftige. Es muss dieselbe Kategorie sein. Das heißt, ich war natürlich so schlau und habe mir auch blaue Skorpione schon geholt. Wie ihr seht, ich habe viele Skorpione gesammelt, um da nochmal Glück gehabt zu haben, um diese dann blau aufwerten zu können. Die waren alle mal grün. Ich hatte, glaube ich, 20 Skorpione. Aus 20 Skorpionen sind zwei blaue rausgekommen, die ich dann dafür einsetzen werde, um meinen guten Skorpion in dem Sinne halt versuche, abzugraden. Ihr seht jetzt schon die Rate, die sehr gering ist. Also es ist ein heftiges System. Kann auch sein, dass mich natürlich im Laufe der Zeit hier noch einiges ändert, aber darum geht es halt. So, das heißt also, bei den blauen Tieren verhält sich das ein bisschen anders als bei den grünen Tieren. Wir dürfen hier wirklich nur blaue Tiere nutzen und wenn es geht, auch dieselbe Kategorie. Das heißt, Skorpion für Skorpion. Das ist halt wichtig, dass wir das auf jeden Fall hier dann auch richtig machen. Das heißt, ich darf jetzt nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, kann ich dich nehmen? Nee, geht nicht. Hol dich mal raus. Kann ich das blaue? Doch, also blau für blau, die Farbe für die Farbe. Aber wie ihr seht, nur zwei Prozent Chance, wenn ich den Skorpion nehme, haben wir auch, nee, na, na, komm, raus. Wenn wir den Skorpion nehmen, haben wir immerhin schon mal fünf Prozent Chance, dass aus unserem Skorpion wirklich mal ein besonderes Reitmount wird. Ja, und zum großen Ganzen ist es das gewesen. Ja, also ich glaube auch, wenn es jetzt ein längeres Video gewesen ist, ich habe euch das Grundlegendste erklärt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt alle Bescheid. Ich werde natürlich das Ganze mal ergänzen, wenn ich genau weiß, wie man hier an die ganzen Sachen drankommt. Die sind ja letztendlich wichtig. Wie gesagt, die Energie Recovery, also die Energie wiederherstellen zu lassen, ist der Beruf Koch. Kostet auch gar nicht so viele Materialien. Hier haben wir uns schon darüber unterhalten, dass wir über PvP so einen besonderen Token bekommen. Das Upgraden ist eine Sache für sich. Da werden wir uns auch noch über die Materialien unterhalten, wo wir sie bekommen, wahrscheinlich auch irgendwie im Shop mit, besonderen Dungeon- oder PvP-Punkten. Vielleicht kann man die auch mit dem Beruf herstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber da steht es auch. Special Shop. Ja, genau. Wo kann man es herholen? Also, ne, könnt ihr euch ein bisschen durchgucken, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen hat es jeder verstanden. Wenn euch das interessiert und ihr wollt von Anfang an natürlich vornherein starten, wenn es darum geht, Mounts und Pets zu holen, dann müsst ihr euch selbst Schriftrollen herstellen und das heißt, ihr müsst Verzauberer werden und dann könnt ihr natürlich mit einem gewissen Aufwand an Material, was ihr organisieren müsst, das ein oder andere coole Mount halt letztendlich für euch ergattern. Ne, so wie ich es finde, ein Skorpion, ne? Ich hatte damals mal Skorpione. Ich finde, das sind interessante Tiere. Wahrscheinlich kreischen jetzt schon wieder ein paar Personen. Nein, um Gottes Willen. Aber, Leute, bleiben wir beim Thema. Das war es von mir. Ich wünsche euch viel Spaß in Bless Online und viel Spaß beim Fangen. Man könnte schon fast sagen, es ist fast wie Pokémon. Catch them all. Ich wünsche euch frohes Gelingen, eine gute Chance beim Upgraden und dann sehen wir uns das nächste Mal im Spiel wieder. Euer Sankura. Bis dahin. Ich wünsche euch noch ein paar Jahre, Vielen Dank.